Baby Was hast du da gerade aufgeladen? Silage Warum haben die Silage da drin? Sag ich doch! Das habe ich dir vorhin gesagt! 3, 2, 1 Ich habe keine Ahnung warum da Silage drin ist Damit finden wir einen guten Port an, nicht wahr? Ja! Sehr gut! So So weiß auch Rolli falls er hier zugeschaut hat oder zuschaut das Silage ist, die nicht erzwingt Warum ich stark heu? Okay, ich warte mal, warum ist das Stroh? So, jetzt mal mal gucken, wie ich beim Gruber bin, die am schlechtesten Nicht da einfach Silage reinhauen, ohne dass es irgendwie entstehen Wo? Bei den Kühn oder? Mach mal Bei den Kühen kannst du machen, kannst reinhauen Nein! Die Aktion kann hier nicht durchgeführt werden, ey, das ist ja top! Nicht von weg! Scheiße! Pack's einfach bei den Kühen in den Futterdruck rein! Ja, das geht ja nicht! Doch! Ja, ne, ich kann es da nicht in den Futterdruck rein tun! Hm? Ich hab's doch grad probiert! Ich hab's doch grad probiert! Ist ja komisch! Ah, vielleicht weil der Gas drin ist! Nee! Ich kann auch bei es reinwerfen! Warte, warte, warte! Äh, pack's in den Hexewagen rein! Äh, in den Futterdruck rein! Nein, ich will das nicht davor! Warte, ich will das mal probieren! Futterdruck rein! Futterdruck rein! Warte! Warte! Zeig mir! Geh raus! Jetzt entspann dich! Weitere Schaufel! Aber Jungs, es hat noch knapp ein zweites Maisfeld! Ja? Ja! Schau, ich geh jetzt drüben! Wo ist das zweite Maisfeld? Warte kurz! Ja! Hier drüben! Siehst du's? Wo ist da drüben? Warte, warte, warte! Feld 28! Ach, das ist da unten! Ja, ist erntereif! Gut, dann müssen wir gleich nochmal runterfahren! Hm! Oder ist hier totales Futter drinnen hier? Totales Mischfutter! Möglich! Äh, wenn, dann haust du ins Fahrsilo rein! Ja, geht ja auch nicht! Achso, ne, ist er noch nicht fertig! Ist er, ist er noch echt so gut! Hm, ich, ich, ich schau mal, ob ich's ins andere Lurine machen kann! Gäre Silage, 14%! Kommt da jemand, um mir zu helfen oder so? Äh, was hextest du? Meist! Ja, das war ja die Frage, ob du jetzt hextest... Feld 28! Ja, warte, warte, warte! Ich, ich, ich muss mir eine Maschine suchen! Mit der ich jetzt rüber zu die Feuer! Welchen nehme ich denn? Ne, den jetzt will ich nicht dazu nehmen! Dann nehme ich, mache ich hier die Seemaschine ab! Mit welchen bist du denn vor uns gefahren? Dir! Was? Mit welchen Maschinen bist du denn vor uns gefahren? Ja, ich bin vorhin mit dem gefahren, in dem ich jetzt drin sitz! Achja, stimmt! Ich habe heute nicht einmal Fahrzeug gewechselt! Dann nehme ich hier den kleinen Fenster, mal gucken, ob der den Hänger überhaupt schafft! Glaub ich eher nicht, aber... Ahja, jetzt wird es schwer! Aber gehe ich hin! Der baut bloß den kaum Maß schaffen! Oh, wir können erstmal schnell rüber zur Lüppig helfen! Das sind dann wieder so die traurigen, unrealistischen Momente, weil man keine Maschinen mehr hat! Großartig! Ja! Ja gut, Feld 28 war ja... Ist ja deins! Deswegen haben wir ja nicht darauf geachtet bestimmt! Ooooooooh! Ich bin ja froh, dass ich überhaupt hier auf 10 Kamera hochkomme! Aber ich meine, bevor wir das Silo zumachen, kannst du das Bild auch noch reinhauen! Ja, stimmt schon! Soll ich von hinten ein bisschen schieben? Nee, 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 klappt! Du kannst ja bei der Kuba, wenn du möchtest! Der Kuba steht da drüben! Kann ich mal! Wenn du möchtest, du kannst natürlich auch hier fahren! Ah, so! Nee, das schaffst du schon! Oh, du fahrst Vertrauen in mich! Wie fährst du? Achso, so fährst du okay! Nee! Musst du weniger Kurven machen! Ja! Kann schon mal losfahren, Bissl sammelt ja! Nö! Nö! Fahlbach! Kann man sich schon! Ja, sammelt das nicht! Doch, das haben wir ja volls auch gehabt! Das verschwindet einfach! Doch! Ey, du kannst bei uns mit Enderman fragen! Äh, mit dir fragen! Die hat Folzmittel gesammelt! Ja, siehste! Wir sind weitergefahren, obwohl er voll war und das hat am Ende rausgeworfen! Das haben wir ja auch die Kapitel, das haben wir ja ja die ganze Zeit diskutiert! Ach, warte mal! Ja, vormanns Stücke! 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 über zehn Meter Maus ich nehme einfach die Fäder statt mehr aber der Werder Fäder der Welt tut ja nicht um die kann kein Mais genau sein nicht nur die große mit dem Riesen-Tank kann Mais und sein was ist das für die Hochzeit und lässt mich raten die haben wir nicht Prozent Prozent machen sie wie er heißt die bei passen die die du von der Prozent angepasst die sie mehr schießen die 600 die steht mit noch ein Hof die für den für Meißels denn es ist die 600 die ich dir wie ich denn Prozent muss eben bloß hinten im Anfang zu grubbern weil Prozent die macht eben die Beine ist gleichzeitig die heißt die Witte meistens geschehen ich komme nicht mehr auf die 10 kmh Wann bist du voll? ich bin bald 35% also 10 noch aber ich muss wegfahren ich muss wegfahren oder fährst kurz langsamer eh ne die 60s ist es nass Enderment kommt online das seh ich jetzt schon ahhh es wird schmerzhaft ich bin gleich oben oh ich fahr aber schnell weg sind zwar noch 5000 aber ich komme mir gar nicht mehr vorwärts oder ist es vielleicht die von 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 wir wissen alle was gemeint ist der schiebt die Horsch ja die Horsch ist es ne doofy Frage was machst du jetzt gerade alles dreamen und aufnehmen du tun nur aufnimmt nur aufnimmt wenn ich streamen oder wo ich glaube ich jetzt am Grund liegen und mit einem FBF es weiter spielen können so da muss jetzt mal gucken oh muss ja jetzt hier drauf fahren oh mal gucken schafft das seit Leden noch t hier ab hier ab die ist sieben tue ich nicht wohl weil ich eigentlich auch nicht so lange bleiben wollte weil ich jetzt so aufholen und wir schon machen und ach als sie anrund holen aber ich sehe trotzdem gleich das die es kommt in der mann war ja gerade vor allem geöffnet hatte sie wird sich anfangen zu lecken und der wird wahrscheinlich fragen ob wir auf dies kochen aber jetzt gehen los zu fixen weil mein pc sowieso klar ja ich gehe nicht auf das gehört weil das gehört bei mir nicht funktioniert bei mir hat das gott immer gesagt um ein pc zum abschmieren gebracht das war alles durch beide diese beizutage das unter das unter das unter und pc abgeschmiert ja nur bei mir ich kann die disco nicht installieren es funktioniert nicht ich habe keine einzige datei die mit disco zu tun hat auf dem pc aber sagt sich halt einfach nö fick dich du darfst die disco nicht installieren bei mir funktioniert spotify nicht mehr warum keine ahnung ja nein kommt dann bei jedem bei jedem start kommt bei mir die meldung ja spotify funktioniert nicht mehr es wird schon ausgeführt obwohl es gar nicht ausgeführt wird ok das ist ja richtig komisch ja das ist genauso wie bei mir ich habe irgendeinen programm updater der nicht mehr funktioniert ich habe aber keine ahnung was das für eine ist du kannst auch den autos dort rausnehmen von dem programm ich habe immer noch windows 7 das geht warum das war es doch so gut es ist dann so gut da aber ich weiß noch nicht so ganz wie das wie das mit dem autostart funktioniert weil sonst hätte ich da etliche Programme raus was war das jetzt immer in den Postmanager Moment ich mach das einfach direkt mal hey cool die map ist fertig runtergegangen ja das sollte doch sein oder fahr rückwärts fahr rückwärts ja ich bin im taskmanager so hast du da irgendeine autostartfunktion äh 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 datai option äh egal ich scherke das nachher wenn ich auch da kann ich für meine Frage stehen bei mir sind bloß noch die Prozesse äh nicht mehr die die sage jetzt mal die Spiele da oder die die Sachen Systeme sondern nur noch die Prozesse so richtig angezeigt also hier Spotify Exe dann fünfmal Steam Exe bist du wahrscheinlich äh warte nein welches welches Ding hast du du hast mir nur 10 ich hab 7 nach 7 äh dann ist das ganz normal du hast doch du hast doch wenn du den in den Taskmanager gehst ja hast du oben Anwendungen dann steht äh TeamSpeak 3 Steam Farming sind 19 beispielsweise naja da steht bei mir nicht mehr sondern das sind sämtliche Programme und Systeme aufgelistet die Hintergrund laufen also jetzt noch zum Beispiel dann hast du mehr Details angemacht ja die kann ich nicht nur ausschalten das ist ja das Programm dieser Scheiße bei mir äh dann bist du einfach nur im äh Reiter Prozesse ja den das kann ich nicht mehr ändern bei mir äh ich hab Anwendungen Prozesse, Dienste, Netzwerk, Benutzer ja und das ist bei mir nicht mehr ja brah äh ja halt wortwörtlich ja ich kann das nicht ja das regt mich teilweise schon richtig auf weil dann suchst du zum Beispiel das ehene Spiel und musst aber unter irgendein Prozess gucken wo du das aber niemals gedacht hättest und musst da den Prozess so schließen und kannst bloß auch hoffen, dass der Prozess im Hintergrund geschlossen wird richtig so da war's ab in die Ago Ego war eine aber jetzt mal eine ernsthaft gemeinte Frage warum ist hier so viel fucking Unkraut? auf dem neuen Fels? keine Ahnung auf der 19? keine Ahnung wir haben einen Grat abgeerntet so ist es schon wieder fängt es an ne Ahnung man muss ja hinten reinfahren so schaut ja da war der Partei heute wieder so richtig erfolgreich da haben wir wieder genug gemacht wir haben ein Feld geartet wir haben ein halbes Feld gesehen äh Robards na ja halt würde ich jetzt nicht sagen oh ich hänge fest ah wir haben ja nur diesen winzigen Mindestgrubber wo ich muss ja einen Laufkleid nehmen der schöne Hänger nein ah ich geh mal aus ah ich hänge fest kurze Frage wäre es vielleicht möglich dass man diesen kleinen Grupper durch einen etwas größeren Grupper ersetzt das ist Koppler von Daraus war allein vorweg wenn wir können sich die weiter ausfahren ja 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 da Prozent Prozent und es ist schön gekommen ja wenn sie die die Richtung hätten etwas machen können ja ja Lupe kann ja sagen wir auch kein Geld mehr ah weil er kauft ja bloß für sich ne ich hab die Schaufel gekauft ja aber du kaufst von deinem hochbudget ja du hast noch 24.000 das ist das ist mies ja kannst du nicht wo verlassen und dann nö ja bloß wenn er äh die Berechtigung auch hätte dann könnte er auch hier kaufen oh ich hab da zwar die Berechtigung aber äh nicht zu umständlich und du kannst nicht jetzt einfach sagen von der Bank hey yo Digi ich brauch mal dass das nö ach ist doch kacke ja die könnte mir schon kredit holen will aber nicht ja ich mein jetzt nicht von der Bank sondern von von dem anderen von Enderman ja da kannst du nicht einfach bisschen Geld abziehen nö äh ist doch ist doch kacke so dann kommt ich jetzt mit der Saubmaschine auf und daher gelangt ist die Aufnahme schon geht auch schon schon halbe Stunde fast jetzt über drei Mal nicht ne drei Stunden das habe ich doch da ist sehr gut ach du hast die Seemaschine da droben ja ich glaube da bin ich mal wieder weil ich muss ein bisschen was auskommen ja du könntest auch einfach mal streamen schon oder so das ist die andere Geschichte aber und sie ist es ja ich erzähle gleich noch was dazu aber bei Asche die Aufnahme vorbei ist so oder weil sie sagen das war mal dabei und dann müssen wir es mal sagte ja wenn sie auf Wiedersehen dir der der größte tschau